Am Donauufer, unterhalb des Parlaments, befindet sich ein besonderes Denkmal, Schuhe. Hier an dieser Stelle wurden 1945 Menschen, meist jüdischer Abstammung, erschossen und in die Tonau geworfen, obwohl ein Teil von Budapest durch russische Soldaten befreit war. Durch den Sprung in die Donau rettete eine Frau ihr Leben. Sie emigrierte anschließend nach Paris. Diese Schuhe sind die stummen Zeugen von einem dunklen Kapitel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Berita Ding Berita Ding